Hallo, willkommen bei Olaf's World. In diesem Video möchte ich euch das Entertainment Programm der MSC Euribia vorstellen. Und gleich zu Beginn möchte ich euch einen Tipp geben. Die Shows im Theater waren reservierungspflichtig und morgens früh um 2 Uhr war schon alles ausgebucht. Der Grund war, dass man die Tickets schon am Vorabend um 10 Uhr buchen konnte. Das solltest du auch machen, wenn du in das Theater möchtest. Fangen wir aber erstmal mit dem Entertainment Programm in der Euribia Galerie an. Hier gab es Tanzkurse, Livemusik und verschiedene Partys. Davon werde ich euch jetzt ein paar Eindrücke zeigen. Ja! Hey, hey! Als nächstes schauen wir uns die Carousel Lounge an. Hier hat jeden Abend eine Big Band gespielt. 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 So, und jetzt schauen wir auch noch im Theater vorbei. Hier werde ich aus urheberrechtlichen Gründen leider lizenzfreie Musik drunterlegen müssen. Aber ich hoffe, du bekommst auch so einen guten Einblick über das Theaterprogramm. Und wie schon am Anfang des Videos erwähnt, waren auf meiner Kreuzfahrt die Abendvorstellungen reservierungspflichtig. Die Reservierung solltest du am Vorabend um 10 Uhr vornehmen, ansonsten ist das Theater nämlich ausgebucht. Jetzt geht's aber los mit dem Showprogramm. Meine Name ist Hannah, die Kreuzdirektor, und ich bin derjenige, die für jeden Tag für jeden Tag für Sie eine gute Show. So, ich hoffe, dass Ihr Vacation wird smooth und soft. So, wie sind Sie heute? Do wir haben jemanden, die spricht Englisch? Das ist toll, danke sehr. Vielleicht haben Sie schon gehört, dass wir so viele verschiedene Nationalitäten auf der Kreuzfahrt haben. So, ich kann mich einfach mal sehen, ob ich jemanden, oder die nicht sprechen Englisch. But, by the way, at this point, after your long travel, or maybe you didn't travel so long, but anyway, you deserved a wonderful, relaxing day at sea. And exactly that will happen tomorrow, but not too much of relaxation, because we fulfilled it with a lot of activities. Just to name a few of it, tomorrow at 11.30 Uhr, we would like to invite you already to join us here in our Theater for Mastership at sea, followed by our bingo game. Remember, you have to be in it to win it. And if you would like to shake ladies' hand, you're more than welcome. In the afternoon, exactly at 3.00 Uhr, we would take the opportunity to like to invite you to come over for Calvin's Workshop. This is CJ Illusion, and this is a magical workshop. So, if you would like to learn how to impress your mother-in-law with some magical trips, come over. This will happen here at 3.00 Uhr in the Theater. But all that will happen tomorrow, and in a few moments, I will tell you what will happen here tonight on stage. Well, bonsoir, mesdames et messieurs, bienvenue, et aussi bienvenue pour toutes les hommes qui sont embarqués arrière. Je vais prendre au suite. Je vais prendre au suite. Je vais prendre au Musik 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020